ja hi leute hier wieder euer toso haben wir wieder was übersehen ja nämlich als wir die insekten fangen wollten und da habe ich was leuchten sehen da hinten drin und da jumpen wir jetzt rein apartment mit aussicht und da sind wieder eine tech-orps da was sage ich ok noch ein kleiner rund umblick also wir werden schon noch alle finden ok bis dann spaß dabei ciao